Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Happy Reels. Ja, wir browsen gleich mal nach neuen Leveln. Du, du, du. So, nach, ähm, Rating diese Woche. Du, 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 du. Epic. Nicht Epic. Ah, okay, Epic. So, the plane crash full. Ja, plane normal. Now. Nein, ein Flugzeug stützt ab. Ich halte mich an seinen Eiern fest und jetzt habe ich seinen Fuß in der Hand. Dieses Level ist neu. Nein. Nein. Halt mich fest. Ich reiße dich mit in den Tod. Oder auch doch nicht. Du bist angeschnallt, oder? Ich lebe. Alter, ich heb mich wirklich an der im Kopf fest. Alter. Ich hab den Stuhl in der Hand, ich hab den Stuhl in der Hand, äh, ich hab den Stuhl in der Hand. Kann man da irgendwie auch gewinnen? Oh. Jetzt hat er den Tittis. Ich muss mich doch irgendwo anders festhalten können. Ja, hier. Gut. Weil irgendwann crash die aus diesem Sitz raus. Äh, aber das ist episch. Äh, ja, die crash die aus diesem Sitz raus. Und wie gleich. Äh, 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 logisch. Aber ich lebe noch. Ja komm, ich hab gewonnen. Exit to menu. The frog challenge. Press base to start and press up to jump. Borg. Borg. Komm schon. Borg. Borg. Wie episch. Borg. Das ist gar nicht so einfach. Borg. Quark. Quark. Ja, ich muss quaken, wenn ich springe. Das machen Frosche immer. Quark. Frosche. Quark. 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 Wer kommt auf so eine Idee? Quark. Nö. Boah, aber es ist ziemlich... Boah. Schwer. Boah, geil. Jetzt kommen wir mal voran. Jeeey. Jeeey. Episch. Oh. Hoffentlich breche ich mir jetzt nicht das Genick. Jeeey. Wann kommt das Ziel? Wann kommt das Ziel? Weil so schwer ist das jetzt hier... ...nicht. Also ich meine jetzt vom Sterben her. Vom Springen her ist das schon anspruchsvoll. Ziel! Oh, ich glaube ich, da kommt kein Ziel. Hä? Ich hab gewonnen! Yeah. Wow. Geil. Dungeon Infiltrator. Oh, yeah. Wir nehmen natürlich hier den Faller. Level 1! Boah, voll wegges... Oh mein Gott! Das ist auch cool. Okay, einen Moment. So, wieder da. Ihr habt ja gesehen. Er hat angerufen. Wow! Hehehe. Ähm, ich bin tot. Aber das Level ist cool. Das mach ich nochmal. Äh. Aber die Typen sind voll gestört. Die jumpen da mit Messerner. Was? Aus dem... Level Browser. Ja. Ähm, ich hab auf... Ja toll, jetzt geht das Ding hier nicht weg. Na toll, jetzt schon. Nein, ich steck mir das Ding im Arsch! Hau ab! Hat die mir jetzt den Daumen rausgezogen? Okay. Ah, cool. Ach, okay. Jetzt hab ich dann gewonnen. Warum auch immer der jetzt gerade auflegen musste. So. Hä? Okay, das ging mir jetzt zu schnell. Das muss ich nochmal machen. Also, finish him. So, also... Ah, cool. Ich muss da festheben. Okay. Und dann schleusers das Teil. Und dann... Boots! What the fuck I am? Ähm... Ja, na. Level war cool, aber... Übertrieben schwer. Hi! Hey! Ähm... Hätte ich jetzt irgendwas mit dem machen müssen? Jöö! Stopp! Auf jeden Fall fände ich es cool, wie der da mitten herum sitzt. Ja, ich hab den da beim Fuß. Also, ich hab den am Fuß. Boah, ich fetz den jetzt voll hier rein. Und... Nein! Nein, nicht da rein! Ah! Fuck, der ist zu fett. Der bleibt da stecken. Shake him auf. Ich muss den abschütteln. Okay. Äh! Also, nicht festheben. Abschütteln. Yeah, wie eine Schlange. Splashig da. So, und jetzt muss ich da irgendwie durchkommen. Ey, der hat keine Arme mehr. Und wie komm ich jetzt da hoch? Da komm ich nie wieder hoch. Ah! Ich darf nicht sterben. So. Like a hacker? Das ist so vor mir. Oh, aber das ist cool. Da kann ich da nicht in das Loch reinfallen, weil der zu fett ist. Hoffentlich klappt das, was ich jetzt mir nachher da ausgedacht hab. Oh, komm, jetzt schiebe ich den so als Brücke da rüber. So, komm schon. Oh, doch nicht so fett. Nein! Aber ich kann jetzt nicht mehr sterben. Das ist doch praktisch, aber ich blick das Level nicht. Ich komm da nicht rüber. Gut, er ist wieder vor mir. Hoffentlich bleibt er jetzt da cool stecken. Nein! Geh runter von mir. Yay! Äh, ja, so war das nicht geplant. Okay, also ich geh mal wieder. Exit to menu. Sward through epic. Justin Bieber. Down. Nochmal down. So, ich bin gut, ich bin gut. So, und jetzt Chuck Norris da oben. Ja, like a Chuck Norris. Jetzt hast du ihn lieber down. Ist der Typ jetzt auch down? Ja, der ist down. Nein! Ach, gut. Jetzt hab ich keine Schwerte mehr. Na toll. So, komm, und jetzt... Nein! Ich komm nicht mal mehr ran. Ah, doch. Doch. Komm ich. So, und jetzt kommen alle mit einem Schwert. Yeah! So, diesen down. Dann hier oben. Oh, okay, okay. Warum nicht gleich so? Right if you survive. Okay, dann survive'n wir mal. Nein! Und cool. Ach! Ja, komm. Das war jetzt nicht so sch... Nein, ich darf nicht mit dem Maus raten. Ich muss hier so voll... Stop doing that! Press escape. Right 5. Genau. Als ob. Nein, fuck! Das war ich jetzt aber nicht. Das ist meine Maus spinnt immer ein bisschen rum. Oh, man, fuck. Ich hoffe, das passt so. Wenn nicht, tut's mir leid. So. Tobuscus Pogo-Jump. Tobuscus Pogo-Jump. Ja, doch. Tobuscus Pogo-Jump. Äh, ich würd vorschlagen, wir nehmen dann mal den Pogo. Der uns das hier dann auch noch aussuchen lässt. Yay! Hey! If you don't make this, then just stop. Okay, doch, wir haben's geschafft. You're better. God. Äh, gut. Was sag ich denn? Cool. Der Beste. Und... Like a snake. Und... Yeah! Komm, zieh dich mit deinem kästlichen Kopf rüber. Eww. Yeah. Komm, ich will Tobuscus schaffen. Was auch immer das sein soll. Und... Die Maus im Bild. Hups. Habe ich wahrscheinlich schon die ganze Zeit. So. Und jetzt hier. Chuck Norris. Und komm. Chuck Norris schafft man jetzt noch. Das muss ich schaffen. Drüben ist das Ziel. Da drüben ist das fucking Ziel. Nein, nicht zurück! Ah. Uh. Bricht dir nix. Und... Ja. Komm schon. Okay. Langsam und hoch. Komm schon. Du wirst jetzt wohl darüber kommen. Ist das überhaupt möglich? Ja, jetzt hätte ich's geschafft. Ich muss näher ran. Einmal kurz so... Schlängeln. Ich muss auf jeden Fall mit einem Fahrerzahl darüber. Aber es ist möglich. Es ist möglich. Oh Gott. Ich dachte gerade, der stirbt mir jetzt. Ja. Oh yeah. Oh yeah. Exit to menu. Eins machen wir noch. Der Gear. Mach mal der Gear. Oh yeah. Wer ist das da? Hey, what the fuck? Let me out. Pass this test. Ist? Ugh. La 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 la. La 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 la. Die Bank hoch. Ja. Oh. Oh Gott. Oh fuck. Das sind Minen? Oh cool. Gut. Okay, hier sind auch Minen. Ja, was machen wir die Minen schon? ich bin hier in einem gier was auch immer das sein soll tubus kurs naja habe ich drücke jetzt den zwei tasten die ganze zeit die ganze zeit oh mein gott ii der hebt sich da mit dem arsch fest oh gott ist schon wieder verrutscht ok wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder so let's play happy wheels so 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 so